Was schaut ihr eigentlich so für YouTubers? Also ich schaue, wie geht es weiter auf meinem Kanal. Ich hatte viel Zeit im Krankenhaus nachzudenken, womit möchte ich weitermachen, wie möchte ich weitermachen, was möchte ich machen. Willkommen zurück. Ja, ich hatte eine ganz lange YouTube-Pause, ich weiß. Ich war aber auch drei Monate im Krankenhaus und es war echt nicht böse, aber bevor wir jetzt loslegen zu labern, in diesem Video geht es heute um, warum war ich ganz lange weg, was wird sich auf meinem Kanal ändern, was habe ich mir so vorgenommen und das Wichtigste ist, oder was mich sehr interessiert ist, Welche YouTuber schaut ihr, beziehungsweise was schaue ich? Ähm, ja. Aber jetzt erstmal das Intro. So, ja. Warum war ich lange weg? Ich war lange weg, weil ich im Krankenhaus lag und ich deswegen keine Videos drehen konnte. Ich hatte zwar mein Stativ mit im Krankenhaus, aber irgendwie, nee. Gut. Ähm. Ja. Wie geht es weiter auf meinem Kanal? Ich hatte viel Zeit im Krankenhaus nachzudenken, womit möchte ich weitermachen, wie möchte ich weitermachen, was möchte ich machen. Und ich, ähm, hatte auch erst mit den Gedanken gestillt, gebe ich zu, äh, aufzuhören, also mit YouTube. Aber jetzt, wo ich so zu Hause bin, weiß ich nicht. Nee, ich möchte weiterkommen mit YouTube, ich möchte mehr machen, ich möchte mehr schaffen. Und ich, ähm, möchte auch gerne, ähm, mindestens einmal die Woche ein Video hochladen. Und am besten, also ich habe mir so überlegt, am besten wäre ja Samstag. Weil in der Woche hat man viel zu tun und so, aber am Wochenende, also hat man ja meist Freizeit. Und da ich Sonntag gerne, äh, gerne ausschlafe und auch gerne faul bin, dachte ich mir so, hm, dann, nehm doch den Samstag. Ich, ich möchte nur keine Uhrzeit nennen, sagen, ja, äh, das Video kommt jeden Samstag um 19 Uhr oder so, das würde mich zu sehr unter Druck setzen. Aber, ja. Genau. Weil, ich möchte gerne mehr Regelmäßigkeiten hier haben, ähm, in meinem Kanal und es ist auch für euch, euch schöner, ähm, wenn ihr regelmäßige Videos seht und nicht immer nur, wenn ich lustig bin. Es ist ja auch ganz nett, aber nicht so. Also, nicht so Abo fördert, gebe ich ganz offen zu. Ähm, ja. Entschuldigt, ich trinke, nehme mal ein Schoko-Cappuccino. Ähm, und, was ich euch noch so fragen wollte, ist, was mich sehr interessiert, ist, was schaut ihr eigentlich so für YouTubers? Also, ich schaue, da habe ich mir vorher extra aufgeschrieben, aber es sind nicht alle dabei. Ich glaube, einige vergesse ich auch, aber ist ja egal. Also, ähm, schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr für YouTuber schaut. Oder, ähm... Ah, eine wichtige Frage habe ich vergessen. Und zwar hatte ich auch überlegt, als ich so im Krankenhaus war, und als ich jetzt so wiederkam, ähm, was wollen meine Zuschauer eigentlich sehen. Ähm, das ist meine Frage. Wollt ihr, wollt ihr mehr Unboxing sehen? Wobei, da muss ich sagen, es gibt keine veganen Box mehr. Also, zumindest im Moment nicht. Bevor ich ins Krankenhaus kam, äh, war abzusehen, dass ich ins Krankenhaus komme. Und dann habe ich, ähm, die veganen Box erst mal abgestellt. Ich habe gesagt, ich möchte keine mehr. Und, ähm, hops, die nochmal wiederkommen wird, und wann, weiß ich nicht. Naja, soviel dazu, aber, äh, was wollt ihr denn bei mir mehr sehen? Unboxing, ähm, Halls, Vlogs, äh, Videos über Erkrankungen, was soll ich denn, äh, in einem Video zeigen? Das würde mich echt mal interessieren. Weil, dementsprechend kann ich auch besser auf euch eingehen, was ihr denn wollt. Das wäre echt lieb, wenn ihr das mir beantworten könnt. So, jetzt aber zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, was ich denn für YouTuber schaue. Und zwar ist das, ähm, Kathi, Karin, Tina, dann ist das Lisa-Sophie-Laureen, Einfach-Inka, Oskar, dann so geht YouTube. KuchenTV, Niki, Niki, YouTube, dann... Wie nennt? Stie, Kind Gaming, Guten Morgen Internet. Die sind witzig, wirklich witzig. Ähm, Kelly, Mrs. Vlog, dann schaue ich, mhm, 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 mhm. Ich finde manches gut bei ihm, ich meine, äh, also ich meine wirklich, manches ist richtig toll. Aber manche Sachen, die mag ich überhaupt nicht. Aber gut, äh, so ist das halt, ne? Ähm, was gucke ich noch? Ähm, Leonard Erbgut, genau. Dann schaue ich noch, äh, oh Gott, diese Familie. Dann schaue ich, call center, äh, call center, ja, call center fund. Dann schaue ich, äh, Katie King, genau, die hat ja noch eine Zeit lang keine Videos mehr gemacht. Dann schaue ich, call center fund, call center fund. Achso, ich verlinke euch alle, äh, Kanäle unten in die Infobox, die ich erwähnt habe. Weiß ich grad nicht. Egal, ich, ähm, ich such noch mal weiter und dann verlinke ich euch alles unten in die Infobox. Ähm, übrigens Infobox, das hat sich nämlich auch noch geändert. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich, ähm, werde jetzt immer alles in die Infobox schreiben, mit was ich, äh, aufgenommen habe, mit was ich, äh, gearbeitet habe, welches Stativ ich benutze, welch, ähm, welches Bildbearbeitungsprogramm ich benutze, welches Videobearbeitungsprogramm ich benutze. Das verlinke ich euch jetzt alles immer unten in die Infobox. Und das sind dann auch so spezielle Links. Das heißt, wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ja auch eine Seite von Amazon. Die sieht auch, äh, also es ist auch eine ganz normale Amazon-Seite. Und, äh, das Einzige, was sich, was da anders ist, ist das, wenn ihr dann da drüber bestellt, über diesen Link, kriege ich einen kleinen Anteil, äh, von dem Verkaufspreis ab. Heute steht auch alles nochmal in der Infobox und ich, es wird nicht teurer für euch. Also, es kostet genauso viel, als würdet ihr ganz normal über eine Amazon-Link-Seite bestellen, keine Ahnung. Also, wirklich, kostet nicht mehr. Und, was hat sich noch geändert? Irgendwüsste ich's noch. Mir ist so schwindelig heute, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe dieses Video auch schon übertrieben 200 Mal angefangen zu drehen. Irgendwider hat der Ton nicht gepasst, das Bild nicht gepasst, die Speicherkarte war voll, der Akku war leer. Oder, oder, oder. Ja. Das nervt. Aber gut. Ich hoffe jetzt, dass ich das jetzt zum letzten Mal reden musste und ich dann nicht nochmal und nicht nochmal und nicht nochmal. Alright. Tschau tschau vire einen Film fiand, aber ... Halloores Aufschluss Musik Vielen Dank.